ja ja es gar nicht der first with the curse with the first that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together insert cause i wanna have worth so moin sie mal und willkommen zu einer weiteren runde von minecraft in der letzten folge haben wir angefangen mit dem eigentlichen modpack das heißt wir machen jetzt weiter und da haben wir eine weißte gut die folgenden quests haben wir jetzt hier die wir erledigen müssen also kommt dann auch noch später als deutsch und so das machen wir dann noch alles als technology magic botania twilight forest das society ne kommt dann alles noch und hier halt so ein korten tag und ist dick könnte man sich eigentlich doch schon mal machen könnte ganz praktisch werden ja machen wir das da haben wir hier ein schild dann machen wir nochmal kommen wir nochmal einen normalen crafting table so so und dann haben wir jetzt den crafting table und ist dick perfekt ne können wir machen und dann machen wir uns noch so eine äh äh kirchstirne kann man kann auch nie schaden kann man auch nie schaden ne nicht dahin dahin kann man ja von hier daraus zugreifen ähm äh wenn wir es brauchen ähm das skype behalte ich mal so ne genau und genau dann nochmal das hier gibt es halt nur geworfen ne da haben wir nur so ein bisschen so unterstützung angesehen ne und wir bräuchten jetzt halt äh 16 äh äh von vanilla und von thermal foundation das heißt äh ja ne da vorne haben wir auch schon direkt kohleohr nein ich will kein regen nehmen wir gleich wieder unser Orr Excavation zur Hand denn das ist ja ähm das ist ja gut 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 in dem GmbH von ihm zu tun gerne da man die KF kennt die Aufwand Rädi mit in der Hülle kann nichts von in der Mannschaft ohne ehren wenn er aus kann man damit kommt blieb und dann kommt aber jux als excel ist da eigentlich da keine mod für in dem wird die nicht benötigen was krebs kompliziert wird dies sei so schnell alles klar manns spagetti Uuh Hier geht's noch keine Spaketti, aber Uuh Hallo, da Ne, das ist ja, genau Stink sich normal Na gut, muss ich halt Jump-in-One Au Muss ich halt meine Jump-in-One-Künste sprechen lassen Oder ich mach's mir einfach, ne Und so Perfekt Ihr seid nach, das ist nicht so toll Ich hab' aber da auch kein Bett, weil ich immer noch mal so So Weil ich ja nicht so ein Stabiler bin Und ich hab' aber auch noch mal ein Kühler Ich hab' aber nicht so toll 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 jetzt war keine oder die ich sehe es gar keine was ist denn das frechheit muss ich aber schritt meine ich betreiben oder was der blotow ich bin ich habe kein schwert Schwert war auch nicht schlecht Sollte ich das gleich auch mal machen Entweder kann ich hier nicht Äh, falsch So, ich brauche eine Schwertklinge Und dieses wunderschöne Ding hier Kennt man ja nicht, ne So, ne Machen wir eine Tüste Dann machen wir hier so eine wunderschöne Schwertklinge Den Rest machen wir wieder aus Holz Ein Stick Und einfach das Perfekt Dann machen wir ein Ja Ein Sportport Ganz schön schnell nochmal Wie man es kennt Und da haben wir jetzt Dann haben wir ihre letzten Tage gehabt Würde ich jetzt mal so behaupten, ne Meine Liebe Getting instrumental with Mops Also Keine Ahnung So sei Why not Aber ich glaube, ich muss hier jetzt ernsthaft so ein bisschen, äh, meinen Also Und hier so ein bisschen unterkamen Weil hier ist, äh, nichts In dem Sinne Wollte ich hier ernsthaft so ein bisschen entlang meinen Wieso Tenor Oh, die Gamma Oh, die Gamma Just like Mama You Used to make them Oh, fange Mama Kohle Nehme ich gerne mit Und wieder hin Ist doch Terminal Foundation, ne? Das heißt Noch, ähm, ein bisschen was Das heißt, ne? Oh, die Gamma Die Gamma Die Gamma Und da war ich wieder ein bisschen rein, ein bisschen Mais. Perfekt. Hallo Tentwish, wie geht's denn so? Nach dem Werkzeug, als ob mir das nicht aufgefallen ist. Genau, du bist. Ja, 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 du bist. eventuell holz so und zwar brauchen wir ja also kriegt vom im prinzip nur das holz das andere machen wir aus Kabel das machen wir aus Kabel das kann ruhig drin bleiben so und da machen wir uns hier eine wunderschöne Madoc und ich gucke mal ob ich irgendwie ein paar Eats herkomme Perfektos und ja so so Das ist ja bravig, oder? Gras, scheint hier sehr schnell nachzuwachsen. Da würde ich mal sagen, dann haben wir hier so ein bisschen was, ne? Leck? Nein! Das habe ich auch nicht. Ich bin ein Held. Ich bin ein grandioser Held. Habe ich Sticks? Dankeschön, ey. Ich bin ein Gewalt, nicht? Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Ich bin sehr, sehr gut. aber der restliche hätte jetzt ja komplett nichts so wird schon gehen aber ich kann das doch an dem wird auch wieder reparieren ja genau ich würde eigentlich hier so ein bisschen das kann man auch nehmen so bitte sehr so ist es kann was haben wir noch zu melden noch so dann machen wir hier so ein bisschen tomato seeds m corn seeds und it is it's genau weißer man da der stelle kommen so bitte auch nicht toll dann haben wir halt das 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 und das und so die kann man eigentlich auch direkt anpflanzen korten und kartoffeln die jetzt mal so ne dann haben wir das auch und dann haben wir hier so einen wunderschönen wurm der ist doch sehr perfekt da kann er so ein bisschen hier arbeiten ich wollte ihn irgendwie wieder auf hat er eine hitbox und wer gesagt nicht aber es ist schon so ein bisschen wochen wird er so ein hätte ich gerne danke den könnte man dann leute gehen sollte gehen so aber damit also schon wie für diese folge die zeit los näher um bis zum nächsten mal haut rein und schau mit auf